Sollte Und der fest, der ist nicht fest, oder? Der Schwert steckt fest. Und wie doch? Das würde der nicht nach Dach. Warum dreht es hier los? Dann gerne nicht richtig. Und was wird unser Putzfeuer fest? Es fällt nicht, alles gut. Wir haben eine Schere, wir schneiden einfach ab. Oder wir machen einfach ein Blödsack. Und dann... Also das... Das Wort vom Sonntag, oder? Genau. Schnell. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die beiden Wolken, die wir lassen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt sind die Segelschüler draußen.